Ah, gut, dann ist der Sportivor hier. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen zurück in der Bundesliga, liebe Schalker. Und was war das für ein Comeback? 0-2 zurückgelegen und dann der fulminante Start in der zweiten Halbzeit mit der Rotte per 11 Meter. Dann schießt man noch das 2-2. Wenn man bedenkt, dass St. Pauli die Möglichkeit hat zum 3-2, der exzellent auch gehalten wird, das wäre ein Strich. Und quasi im Gegenzug man selbst das 3-2 macht und dann natürlich Eskalation pur. Aber Salazar, was hat der denn auch da reingenagelt? Alter Gefall, dann Salazar ist immer wieder einer, der gut Akzente gezeigt hat. Und Terodde, ich meine, Terodde, beim 2-2, wie frei steht denn der? Ich meine, dass St. Pauli, okay, muss man Terodde nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Er hat ja noch nicht so viele Tore geschossen, aber holy moly stand der frei. Und im Endeffekt war das ein völlig verdienter Sieg. Die Chancenauswertung war einfach nur scheiße von den Schalkern. Ja, ich kenne es als Frankfurter. Ja, ich kenne es. Chancenauswertung, total beschissen. Aber ich freue mich auf die Auswärtsfahrt wieder nächste Saison. Vor allem gibt es wieder ein Derby da oben mit Dortmund gegen Schalke. Mit eines der besten Derbys, die es eigentlich gibt. Und dementsprechend wird es geil. Und wie gerade erwähnt, freue ich mich tierisch auf die Auswärtsspiele auf Schalke. Was immer, was möglich war, selbst wenn man eine Scheißserie hatte. Ich liebe die Auswärtsfahrt, weil sie einfach angenehm zu fahren ist. Wir sind auch immer relativ früh da, gehen dann noch in der Nähe essen. Ich liebe es einfach und war immer, wie gesagt, kein Stress oder whatever. War immer geil. Und vor allem bringen die Schalker ein paar Fans mit als manch andere Vereine. Da ist bei uns der komplette Gästeblock voll. Und teilweise die Nebentribünen mit Osttribünen etc. Und so muss es sein. Die Stimmung heute war dort exzellent. Traumhaft. Und so was ist Fußball. Genau so was ist Fußball. Das es heutzutage eigentlich fast nicht mehr gibt. Außer in Deutschland. Und hier und dort in anderen Ländern. Klar, natürlich. Türkei ist exzellente Stimmung. Hier und dort in Schottland auch. Aber sonst in den Top-Ligen Europas. Da hast du keine Stimmung mehr. Und das ist halt das, was Deutschland noch ausmacht. Und Schalke hat es schön unter Beweis gestellt. Und es war einfach exzellent. Lustig fand ich aber die Bemerkung des Stadionsprechers. Bitte stürmen Sie nicht den Platz. Wir feiern mit euch. Aber bleiben Sie auf Ihren Sitzplätzen. Ich wusste, dass trotzdem hier auf dem Platz gerannt wird. Er gestürmt wird. Und zwar ist auch alles friedlich. Wieso ist das auf einmal Problem? In den 90er Jahren war das normal. Weißt du, keine Sau hat es gejuckt. Und jetzt auf einmal ist es gefährlich. Gefahr ohne Ende. Okay. Vielleicht aktuell wegen der Pandemie in Ordnung. Aber es wird mittlerweile aus alles ein Drama gemacht. Und alles ist gefährlich. Wollt ihr mich verarschen? Lasst uns doch einmal mit den Leuten feiern. Und fertig. Aus Micky Maus. Wo ist das Problem? Naja, so oder so. Können wir uns auf Schalke freuen. Wie gesagt, bei mir ist die Ausdruck schon fest eingeplant. Warte ich nur auf den Rahmenterminkalender, damit ich eintragen kann. Ja, da will ich auf jeden Fall hin. Und wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Und ich hoffe, dass ihr dann auch die Klasse haltet. Dass der Terodde sich besser durchsetzen kann, als die letzte Male, wo er in der Bundesliga tätig war. Es gibt halt manchmal Gottes, und das ist kein Disrespekt gegenüber Terodde, Spieler, die in der ersten Liga irgendwie, warum auch immer, null performen, aber in der zweiten Liga total rocken. Und so einer scheint Terodde zu sein. Irgendwie so zu gut für die zweite Liga, aber dann in der ersten Liga klappt es nicht unbedingt. Ich wünsche ihm aber, dass der Knoten da und der ersten Liga platzt, dass er auch Schalke das ein oder andere Tor in die Gegnersmaschen haut. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Feiern. Genieß den Tag. Genießt vor allem den Montag. Wenn ihr freudestrahlend an die Arbeit, in die Schule, whatever geht. Ich weiß, wie sich das anfühlt, als Aufsteiger, Klassenerhalt, Pokalfinale, Pokalsieger. Hier erst gestern bin ich auch voller Freude an die Arbeit gekommen. Wir sind jetzt nur noch über Laststellung nicht mehr so weit weg. Eigentlich nur noch ein Sieg weg von dem Ding, das zu gewinnen. Und wer weiß, wann es bei euch der Fall ist. Aber ich denke, das sollte nicht das Ziel sein, sondern erstmal das etablieren in der Bundesliga. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn wir ganz ehrlich sind. Denn auch als großer Verein, und das ist der FC Schalke 04, auch wenn sie einen höheren Etat haben als die meisten anderen Aufsteiger, die grundsätzlich hochkommen, ist das noch lange nicht durch. Wir wissen, wenn Unruhe im Verein ist, kann das viel Auswirkungen haben. Aber mit den Fans im Rücken, und wenn alles wieder stimmt und keine Unruhe ist, soll das mit dem Klassenerhalt und vielleicht auch ein bisschen mehr auf jeden Fall klappen. Aber erstmal Step by Step. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles, alles Gute. Jetzt eine gute Nacht. Genießt das letzte Spiel in Nürnberg mit euren Freunden. Macht da eine richtige Party draus. Auch wenn ich euch ein wenig böse bin, dass ihr heute nicht verloren habt. Denn dann hätte St. Pauli 57 Punkte. Bremen hätte morgen verloren. Hätten alle 57 Punkte. Was wäre das für ein Drama gewesen? Holy Moly. Aber wir haben ja noch ein Drama um den Aufstieg. Auch in der ersten Liga haben wir ja ein Drama um die Champions League und Europa League und Konferenz League. Was da so abgeht. Wer landet wo? Okay, alle oben sind schon sicher in Europa. Aber wer landet wo? Das ist auch ein Thema. Das machen wir aber separat in einem anderen Video. Das kommt hier auf jeden Fall drauf. Hier ist alles Gute. Genießt die Party. Vor allem, wenn ihr dann zur Arbeit, zur Schule kommt. Und ich weiß, wie es mir am Freitag ging, als ich aus dem Stadion sozusagen zwei, drei Stunden gepennt zur Arbeit war. War es auch komplett fertig. Aber trotzdem war fleißig. Und es ist so ein Strahlen. Und so werdet ihr Schalker auch in die Schule, an die Arbeit etc. gehen. Genießt es. Und ich hoffe, euch hat der Aufstieg was gebracht. Weil ich weiß, der Fußball kann so viel Auswirkung auf das Leben haben. Und das ist das, was so schön ist. Arrivederci. Bis dahin. Und ciao, ciao.